Ich kann sehr gut mit Menschen. Das ist meine Waffe. Und damit werde ich den Herrn Studiosus mal eben weg an die Wand kraschen. Also im übertragenden Sinne jetzt. Das lässt mich hier garantiert nicht kauflos zum alten Eisen. Und meine praktischen Erfahrungen mit den praktischen Abläufen hier in dem Laden. Das ist ja praktisch auch eine Waffe, oder? Wenn du dir die Butter vom Brot nehmen lässt, hast du irgendwann nicht mal mehr das Brot. Karriere ist kein Wattepusten. Wenn die dir blöde kommen, dann musst du den noch blöder kommen. Weil sonst hängst du ja irgendwann da, wie Jesus am Karfreitag. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht immer nur alles Job, 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 Job. Nee, auch mal über den Tellerrand rausgucken. Und dann siehst du auf einmal, boah, ganz andere Sachen. Musik. Äh, Weiber. Wartezimmer, Zeitschrift, Lebenslauf, Bleistift. Alle Menschen kennen das, Arbeitszeitschild. Ein Kaffee, Latte, aber bitte mild. Ab in fünften Stock, dann wird 10 Stunden gechillt. Kugelschreiber, Printpad, Media Player, Trendset. Ab auf YouTube, dann geht's fett weg. Kippenpause, Provision, ganz kurz was eingesteckt. Schlechter Ruf, Antibet. Neider haben schnell eingecheckt. Hocharbeit, Fitterbett, Unterschicht, letzter Dreck. Och mein lieber Junge, du bist aber nett. Butterbrot, Doppelmett, Wurst, Theke, Bodycheck. Jalousie schnell runter, Schlüssel und das Nagelbrett. Baustelle, Wartenspeck, Kind geboren, Nabeldreck. Polettenmann, Nageldreck. Fünfmal Spermafleck, Escort, Doppeldeck. Hausfrau, Holzfleisch. Mama sagt, benimm dich, sonst geh weg. Wenn du dir die Britte vom Brot nennen lässt, hast du irgendwann nicht mal mehr das Brot. Wenn dir einer, oder ein, ne, wenn die dir blöde kommen, dann musst du denen noch blöder kommen. Weil sonst hängst du ja irgendwann da, wie Jesus am Karfreitag. Jetzt nicht immer nur alles Job, 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 Job. Ne, auch mal über den Tellerrand rausgucken. Und dann siehst du auf einmal, oh, da gibt's ja noch ganz andere Sachen. Strafanzeige, Doppelmord, zwölf Stunden Kammensport, anders sein, Volkssport. Jeans, Jacke, Vollkort, Veganer, Vollkorf. Mich interessiert nix, alles was ich will ist. Sieg! McFit, Pumperarm, Bundeswehr, Fleck, Tarn, Griesbrei, Fettarm, Carsten, Spengemann, Kerner, Beckmann. Mich interessiert keiner, alles was ich will ist. Sieg! Tuner, heizen, abgehen, geizen, zeigen von Reizen, Beine, spreizen, Kratpfannen, Meißen. Mich interessiert gar nix, alles was ich will ist. Sieg! Hartz 4, Rumi sitzen irgendwo, rumpissen, Montcherie, Rumi kissen, Silikon, Sitzkissen, Finanzparater beschissen. Lass mich bloß in Ruhe, alles was ich brauch ist doch nur... Musik! Ich kann sehr gut mit Menschen. Das ist meine Waffe. Und damit werde ich daher n Studioses mal eben weg, äh, an die Wand klatschen. Mann, das war's, Monster war's, für dich und deine Clique. Geh auf YouTube und Clique, ha. Doppel, erzettet und die Magie und kein Trickier. Habt ein Klick in der Optik, wenn ihr glaubt, dass ihr mich schont, da kriegt ich glaube nicht. Du kriegst eine Gewicht, weil ich ausgeladen bin mit 100.000 Volt, du Bitch. Ich schluck die Karten auf den Tisch, bloß den Colt. 24 Zoller auf Trom unterrollt. Chronische Nackenschmerzen, Karten aus Gold. Ein Leben voller Gewalt, Hass, Drogen waren gewollt. Ich bin stolz auf das, was ich bin. Ghetto-Sold ist die Wehruf für dich, du Volk. Posten, du Spaß, wenn wir Party machen, dann bis es kracht. Ghetto-Nacht, feucht, fröhliche Bitches am Sack. Durchgeknallte Achsen zu seinem Entschacht. Macht Platz. Ich setze mich hier garantiert, nicht kampflos zum alten Reisen. Und meine praktischen Erfahrungen in der praktischen Abläufe, die wir in den Magen haben. Das ist ja praktisch auch immer. Wenn dir einer oder einen, wenn er dir blöde kommt, dann musst du dir noch blöder kommen. Weil sonst hängst du ja irgendwann da, wie Jesus am Karvater. Beißt du, was ich meine? Es ist nicht immer nur alles Job, 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 Job. Nee, auch mal über den Tellerrand rausgucken. Und dann siehst du auch, boah, da gibt es noch ganz andere Sachen. Musik. Äh, Weiber.